Hallo liebe Freunde des geflähten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Tank Operations European Campaign. Ich glaube die dritte Folge in Mission 7 Schlacht um Paris und schon jetzt habe ich wieder den Eindruck, dass der Gegner sich nicht wirklich wehrt. Wow, und die Infanterie bringt wirklich gar nichts. Obwohl das eigentlich unlogisch ist. Ich meine die Infanterie könnte locker das Gebäude einnehmen. Einfach reinrennen, ne? Also, aber sie tut's nicht. Von daher sparen wir das Geld. Ich glaube, wenn er da... Ja, da wird er angegriffen. Dann gehen wir da oben an. Wir haben hier noch eine Long Tom, die wir dann auf den Bunker setzen können. Dafür müssen wir aber einen Hundenwechsel machen. So, ja, wie gesagt, er macht schon wieder nichts mehr. Also es kommt hier nichts nach. Ich... Keine Ahnung warum. Vielleicht überrascht er uns ja mit irgendwas. So, wir rücken hier vor. Ähm... Munitionieren mal den Pershing auf. Was sind das für Einheiten? Das sind Wehrmachtstruppen. Ach, schade. Die Ranger kommen da nicht bis hin, aber die Ranger können gleich die Stadt einnehmen. Ha, ha. So, wir brauchen halt irgendwas gegen Flugzeuge. Und tschüss. Ähm... Schade, dass man keine Einheiten wiederverwerten kann. So, ich weiß, ich will den Flughafen bauen. Ich kaufe trotzdem jetzt das Scheißding zum Flug... zur Flugabwehr. Ähm... Und wir rücken weiter... Ach, guck mal da. Schade, da kommt er nicht ran. Ähm... Wie weit kann der Bunker schießen? Gut, dann erstmal auf ihn. Wir rücken ihn mit der Hellcat vor. So, die haben... Ja, dann... Komm, munitionier du ihn noch auf. Ne, reparier ihn. Hä? Reparieren? War der... War der kaputt? War der kaputt schlagen? Und... Das habe ich gar nicht so beachtet. Ja, komm, jetzt ziehen die mal nach. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. So. Dann... Long Toms. Feuer frei. Warte, die haben ja sogar Bukerbrecher. Dann hau doch mal rein hier. Ach, guck mal einer an. Würde man eher machen. So, hier auf ihn. Er gehört ja zu einem Hauptziel von uns. Und wir haben noch einen Kollegen. Die Frage ist, was hier noch an Artillerie steht. So, das Ding ziehen wir hier runter. Kann er auf das Flugzeug schießen? Jawohl. Da ist ein Flugplatz. Wir nehmen aber erstmal die Stadt ein. Brauchen jetzt am besten mal hier so einen LKW. Der kann sich hier mal durchschlängeln. So, hier oben. So, das Munitionsdepot ist zerstört. Dann rücken wir hier weiter vor. Hier ist gerade echt ein bisschen zu kreis. Ich gehe mal auf die Position von dem Ding. So. Wie viel Geld haben wir? Sehr gut. Bau mir einen Flugplatz. Dahin. Die Long Toms. Können die noch in den LKW rein? Nope. Dann. Tun wir den LKW immer da hin. Da haben wir schon mal ein paar Felder gespart. Beim Vorrücken. Stell dich mal dorthin. Feuer frei. Feuer frei. Hallo. Feuer frei. Ja, wir hätten auch auf die Infanterie schießen können. Ist mir durchaus bewusst. Hier ist eine kaputte Straße. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Saboteur dann zum Reparieren. Was geht? Kommt hier noch Widerstand von ihm? Äh, nicht wirklich. Ähm. Oh Gott. Ne, das ist ein Flugplatz. Ne, das ist ein Tanklager. Entschuldigung. Richten uns auftrafen. So. So. Die Hellkette. Darauf schießen. Macht da natürlich nicht wirklich viel Damage. Ach ja. Kommt hier nicht weiter? So ein Mist. Oder fahrt außen rum. So. Die Pershings. Munitions-LKW. Ist jetzt einer dabei. Hier kommt er ja nicht weiter. Dann geht da hin. Pershing. Dort hin. Ach, die Scots sind geil. Weil die so schön mobil sind. Und so schnell. Das ist ein riesiger Vorteil. So. Ähm. Die Longtoms. Wollte ich einladen. Und den LKW hier rüber bringen. Und dann machen wir schon wieder den nächsten Rundenwechsel. Mal ein bisschen auf die Tube drücken hier. So. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Und damit ist es zerstört. Damit kann die Wolverine mal hier reinfahren. Da ist nichts. So. Er fährt dorthin. Heilt den. Er fährt da hoch. Und die Ranger. Einfach Richtung nächste Stadt. So. Hier ist irgendwo ein. Hier ist alles verstopft. So. Geh mal da hoch. Das Ding vielleicht mal irgendwie auch da. Geh mal mich dort hin. Okay. Wir rücken einfach nach. So gut es geht. Okay. Wir sind ausgeführt. Moment sind wir da wirklich widerstandsleg. Jawohl. Und dass die Ranger so mobil sind. Gefällt mir eigentlich. Jawohl. Richte noch auf. Auf den Weg. Oh. Guck mal einer an. Hallöchen. Ähm. Wir klappen das mal ein. Die Ranger direkt in die nächste Stadt. Sehr gut. Äh. Kann er. Ah. Er kommt da nicht ganz ran. Schade. Äh. Okay. Dann. T-Ranger. Auf die Flak. Schon mal ganz gut funktioniert. Gershing kann nicht so weit schießen. Äh. Wir hätten jetzt die Long Toms. Da können wir mal eins ausladen. Sehr gut. So. Dann er hier rein. Wir gehen mal mit dem Munitions-LKW hier hin. Munitionieren. Die haben wir nach und nach immer mal jemanden auf. Und wir rücken einfach vor. Wir rücken einfach jetzt eiskalt vor. In der nächsten Runde versuchen wir mal hier den Flugplatz einzunehmen. Einen Flugplatz haben wir jetzt fertig. Das heißt, wir können uns mal ein paar Spotplanes bauen. Um hier mal ein bisschen. Oh, guck mal was wir hier noch haben. Ganz vergesslich. Um hier mal ein bisschen aufzuräumen. Ähm. Das heißt, wir brauchen einen Lastwagen und zwei Long Toms. Investieren wir mal ein bisschen, um hier mal Druck auf den Gegner auszuüben. Weil der macht gerade eh nichts. So, dann du hier hin. Dann bitte den Flugplatz einnehmen. Die Ranger gehen hier runter. Da haben wir schon den nächsten Kandidaten. Kann die Tom... Äh. Schade kann sie nicht. Aber sie kann auf sie hier schießen. So. Einladen können wir sie nicht wieder. Wir tun den LKW mal dort hin, damit wir sie nachrücken können. Ziehen mit dem anderen LKW aber hier rüber. Packen das Long Toms hier aus. Und greifen dann den Panzer da an. So. Die Hellcats. Kann da nicht schießen? Kann die wohl ja nicht schießen. Okay. Panzerknacker. Drauf. Wow. Geil. Okay. Dann die Ranger. Wir haben doch noch mehr Ranger irgendwo. Wo sind die anderen Ranger? Ach, die sind hier. Okay. Das heißt, wir müssen uns erstmal um die Panzerschwerheit auch kümmern. Die Ranger sind super. Die gefallen mir. Pershings rücken vor. Okay. Der ist aufmunitioniert. Was ist mit ihm hier? Ach, mach die Long Toms mal. So. Dann kannst du da hin. Mach ihn. Er rückt nach. Er rückt nach. Er rückt nach. Alle rücken nach. Jetzt haben wir ja die Spotplanes schon. Dann gehen wir da hin. Da haben wir eine Artillerie. Wie weit kann die schießen bis dahin? Okay. Das heißt, ein Rekw raus. Long Toms. Long Toms. Wir rücken mal hier mit. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Okay. Dann gehen wir da hin. Das müsste eigentlich reichen. Ja. Kann man nicht in der nächsten Runde machen. Ich muss auch eins vorhücken dafür. Ich will einfach noch gegen die Flugzeuge gewappnet sein. Und hier. Okay. Das wäre. Obwohl kann sie eh nicht. Die kann eh nicht vorhücken. Weil die Brücke am Arsch ist. Genauso gut der Tiger, der nichts machen kann. Das ist eigentlich ziemlich praktisch für uns. So, der Purshing hier kann nichts machen. Der Purshing kann auch da hin. Das Ding kann in die Stadt vorhücken. Die Hellcat kann nichts machen. Ah doch hier. Und wir gehen in den Rückenwechsel. Na, was macht er? Er macht nichts. So, das heißt, die gehen da hin. Ich will nicht mal kurz gucken. Genau. Zack. Feuer frei. Feuer frei. Hallo. Feuer frei. Perfekt. So, wir haben noch mehr Spotplanes. Steht hier was unsichtbares. Da haben wir eins bekannten noch. Nope. Außer die weitere Arteller wie dort. Die kann uns aber erstmal egal sein. Und das andere Spotplane ziehen wir mal hier rüber. So, Purshing. Er geht mal hier hin. Sie gehen direkt in die Stadt. Sie rücken da mal nach. Der Kollege macht das mal hier weg. Das heißt, dann können die hier vorrücken. Vorrücken. Das heißt, können wir das... Was ist das? Das ist wieder ein Tanklager. Hatten wir ein Tanklager hier schon? Ich glaube nicht. Dann versuchen wir mal mit dem anderen Saboteur... Wo hängt er denn gerade rum? Moment, Moment. Ein Saboteur ist gerade hier. Ach, der andere ist da. Okay. Wir versuchen da mit dem anderen Saboteur das Tanklager einzunehmen. So, hier ein Lager. Aufmunitionieren. Hier ist jetzt noch ein Reparatur-Lkw. Mit dem können wir aktuell nicht viel anfangen. Und dann geht das gerade echt wie geschnitten Brot hier, würde ich sagen. Liegt einfach daran, dass... Er zieht sich zurück. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Äh. Okay, das ist jetzt scheiße. Weil wir haben tatsächlich nur eins von den Dingern hier. Das ist jetzt blöd. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall mal... Hohe Reichweite, Fähigkeit ausmanövrieren. Gut, stark gegen Luft- und Botenziele. Warte mal, die Hellcat war das mit den Raketen. Das könnte jetzt ein bisschen ekelhaft werden. So, er hier... Kommt nicht über den Fluss drüber. Jetzt. So, wir rücken mal hier auf dem Eim nach, was wir haben. Das Spot-Playing kann mal da hingehen. Oh, 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 oh. Schlecht. Schlecht. Da ist so ein Kollege. Na, der ist natürlich ekelhaft. Ähm... Oh Gott. Der kann auch auf das Ding hier schießen. Eieiei. Okay, da müssen wir mit anderen Mitteln ran. Jetzt müssen wir mal kurz hier gucken. Na mal, sie schießt mal auf ihn. Na mal, sie schießt mal auf ihn. Oh, das war gut. Jetzt müssen wir eins vor. Äh, das ist jetzt ekelhaft. Das heißt, da brauchen wir den Saboteur. Und hier haben wir jetzt das Flugzeugproblem. Die versuchen dann allerdings irgendwie abzuhauen, so wie das aussieht. Ja gut, das nützt jetzt nichts. Wir werden jetzt hier entweder eine Einheit verlieren oder zumindestens massiven Schaden nehmen. Da zieht er echt noch drei Flugzeuge aus dem Flugplatz raus. Na ja, okay, okay. So, jetzt bin ich gespannt, was er macht. Er greift den Flugplatz an. Gott, ist er dämlich, ey. Das ist das Ineffizienteste, was er machen kann. Weil er kriegt ihn eh mit den drei Flugzeugen nicht raus. Ja. Schön für dich. Ja, okay, er schießt. Ah, da ist noch der Flak. Damn it. Okay, wir müssen auf jeden Fall uns hier ein Stück zurückziehen. So, dann ihn mal da rum. Wir brauchen jetzt hier ein Reparatur-LKW. Der ist da. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall ein neues Spot-Plane. Am besten zwei. Und jetzt kümmern wir uns erstmal hier rum. So, Hellcat. Hellcat war ja das Flugzeug mit den Raketen, oder? Ja, genau. So, dann Nummer eins. Oh Gott. Die fressen ein bisschen mehr, als ich dachte. So, dann auf ihn. Und die letzte Hellcat. Auf den Bomber. Und er auch bitte auf den Bomber. Weil der ist am gefährlichsten. Okay. Das. Wie viel Geld haben wir? Wir haben nämlich genug. Wir kaufen mal noch eine Hellcat. Hier müssen wir jetzt mal abwarten. Könnten wir weiter nach Süden? Nee, weil hier auch eine zerstörte Brücke ist. Aber die können wir ja reparieren. Wir haben ja noch einen Saboteur hier. Den lasse ich trotzdem erstmal im Gebäude drinnen stehen. Weil ich habe keinen Bock, dass er irgendwie unglücklicherweise durch die Flugzeuge rausgeht. So, dann machen wir mal hier weiter. Auf den Belieger. Auf die Art-Torafis. Sehr gut. Und weil das so schön ist und wir so viel Geld haben, legen wir direkt mal noch mit zwei Longtoms nach. Außerdem brauchen wir hier oben, glaube ich, auch mal noch einen Munitions-LKW. Und wir gehen in den Rundenwechsel. Was macht er jetzt? Er zieht sich zurück hier. Und hier unten kommt auch noch ein Flugzeug. Ah, das ist aber easy. Er greift bestimmt das Rockplane an. So, was macht er denn? Okay, er greift tatsächlich die Flugzeuge jetzt an. Und er macht gar nichts. Äh, greift ihn mal an. Das hat das so gut funktioniert. Das ist jetzt blöd. Aber dann greift er mal den Bomber an. Okay, krass. Der geht raus. Und die Hellcat schicken wir mit den Raketen auf das Flach. Sehr gut. Und das kann nämlich auch noch nachlesen. Oh, er hat hier gerade richtig viel Geld in den Sand gesetzt. Gut, dann geht's hier weiter. Feuer frei. Und ziel zerstört. Gut, dann die Spotplanes. Machen wir. Okay, hier sind die 8 Achter. Geh mal zurück. Die können wir ja locker mit den Artillerien rausnehmen. Das heißt, die Longtoms laden wir ein. Die verkrachten wir hier hoch. Und dann können wir von dort aus mit den, ähm, uns um die 8 Achter oder um die Flachs kümmern. Wir haben jetzt hier vergessen, einen normalen LKW zu kaufen. Dann holen wir erst mal den Munitions-LKW raus. Und er hier geht das mal reparieren. Okay, dann kann er zum Ersatz hier runterfliegen. Ich, 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 ich. Und ansonsten... Wir erst mal um uns um die hier kümmern. Kommt von hier unten noch ein Flugzeug? Ja, easy. Noch eins. Okay. Noch eins. Gut, darauf können wir aber angemessen reagieren. Denn dann... Ach, scheiße. Verklickt. Jetzt habe ich gar nichts gemacht in der Runde. Das wollte ich nicht. Jetzt war, jetzt war ich übermütig. Das war jetzt, das war Übermut. Das war richtiger Übermut jetzt. Ich würde mal einfach auf den anderen Button sitzen. Naja, gut, okay. Was soll's? Da verdienen wir einen Spotplane. Die tannen sich. Nicht schön. So, ähm... Gehen wir noch einmal davor. Dann... Ausladen. Kann er hinschießen? Ja, doch. Kann er... Okay, sehr gut. Dann... Eins. Zwei. Drei. Und... Vier. Jetzt bitte den LKW raus. Die Longy-Torys raus. Nein, nicht wieder einladen. Den anderen bitte. Und... Jetzt haben wir hier noch so einen blöden... Der ist natürlich jetzt ein bisschen ekelhaft. Warte mal, er kann noch nicht schließen. Wow. Nice. Okay, gut. Das war natürlich optimal jetzt. So, dann... Kann er... Nee. Nein. Ich will das Flugzeug ausdenken. Okay, dann geh du mal da. Und... Spotte uns doch mal. Oh, da ist nichts weiter. Gut, dann kann er da... Und in der nächsten Runde laden wir da die Longy-Toms aus. Und dann würde ich sagen, wenn man das schon die Folge... Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Das ist im Moment eher so fließbar in der Arbeit. Der Gegner wehrt sich nicht wirklich. Man hat das gerade gemerkt. Da bin ich dann zu hektisch geworden. Hab mich verklickt. Und dann verliert man eine komplette Runde. Aber es ist im Endeffekt trotzdem nicht wirklich gefährlich. Sondern es zieht sich dadurch einfach nur in die Länge. Aber es ist jetzt nicht so, dass er uns jetzt hier irgendwie groß unter Druck setzt. Aber sei es drum. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und auf YouTube. Das sind Parsifal, Kede, Kulle, Krongschum, 122er. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher. Euer Oher